Guten Morgen ihr Lieben, heute ist Montag, der 18. Juni, mein 44. Pilgertag. Es ist jetzt 7.30 Uhr und mit dem Glockenschlagen verlasse ich mein Quartier hier in der christlichen Oberge und laufe heute in Richtung Po-Ebene, in Richtung Fluss und mit dem großen Ziel Florenz, nächsten Samstag. 10.40 Uhr, die ersten 13 Kilometer liegen hinter mir. Allerdings alles wie hier auf Straßen, zwar bin ich nicht befahren, aber alles auf der Straße. Ich denke mal, das wird auch so bleiben heute den ganzen Tag. Die Temperaturen sind ziemlich warm, aber es fehlt ein leichtes Windchen. Im Land of nowhere ein Reitplatz. Und ich denke mal, die verbleibenden noch 6 Kilometer ungefähr, die werden auch so auf dieser Straße verlaufen. Doch noch eine kleine Abwechslung in der Wegführung. Mal sehen, wie lange ich auf diesem Weg dahin schreiten kann und bevor ich wieder zurück auf die Straße muss. Das ist richtig schön hier, das frögelige Zwitscher. Nach 31 Kilometern habe ich in Bessone, hier in der kirchlichen Herberge, mein Quartier gefunden. Ja, das ist richtig. Ja. Ja. Ja.